Da sind wir wieder Er hat keiner Bock die Einleitung zu machen, dann mach ich das jetzt einfach Unmotiviert bin Puck Ja aber echt ey, hättet ihr auch mal machen können Und scheiß Wo waren wir denn stehen geblieben überhaupt? Hier bei unserem Turm, der mega hässlich aussieht Ja Gut, sind wir uns da ja einig Wir brauchen Bücher und dafür brauchen wir Kühe Wo sind Kühe? Vielleicht bei unserer Kuhfarm? Du 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 Ja da sind ja schon wieder kleine Aber töte die nicht alle Ähm, ja aber ein paar Du da siehst zum Beispiel nach Tod und Verderbnis aus Und du da und du da Wie viele brauchen wir denn noch so? Viele Aber töte nicht alle Nein, chill doch mal, Alter Ich hab gerade mal Jetzt geh mal hier weg Ey, geh du auch mal hier weg Ey, ey Jetzt kann ich keinen Block hinsetzen What the fuck Warum machen wir da eigentlich nicht auch einfach ein scheiß Zahngetein? Ja, keine Ahnung Mach eins Hier, komm, zack, zack Ja, aber echt mach eins So Und wie machen wir jetzt mit Büchern Wie machen wir mit aus Büchern Äh, Quatsch, aus Leder nochmal Bücher Unten links Leder und dann drei Papier drumrum, ne? Meine ich so So war das, oder? Müsste, glaub ich, ziemlich egal sein, wo die Bücher hinkommen Ja, aber so von der Sache her Weißt du, weißt du von der Sache her, man? Probier's aus Ja, nicht Zuckerrohr, sondern Zucker Zack, 46 Zucker Nein, nicht Zucker, sondern Papierscheiße Jetzt hab ich Zucker gemacht Oh, du bist so unfähig, Junge Oh, Junge, halt die Fresse, ey Wie mach ich denn Papier? So mach ich Papier Zack Da Und da Und da Und jetzt hab ich Jetzt hab ich vier Bücher Toll Und jetzt braucht man drei Bücher allein statt für ein so blödes Regal, ne? Ja Boah, ist ja mega assi Ist ja ungefähr so wie mit dem Jetzt hab ich hier nicht mehr was Wo ist denn Holz? Da ist Holz Mit dem Mit dem Mit dem Mit dem Lehm? Da brauchst du ja auch mega viel Ja Genau Das ist fast genauso wie mit der Erde Da braucht man ja auch mega viel Nein So Zack Ich weiß schon, was du meinst Hast du so eine mega kacke ausgedrückt Ja Ah, so Das ist, das ist möglich Möglich Ich find, zur Abwechslung sollten wir in meine Höhle gehen Waren wir das nicht grad letztes Mal? Ja, aber wir können halt auch nur entweder trollen oder bauen oder Höhle Viel mehr Möglichkeiten hat man in Minecraft eigentlich nicht So Auf jeden Fall haben wir jetzt ein Bücherregal mehr Dafür müssten jetzt zwar die Hälfte unserer Kuhherde sterben Aber immerhin Einen Bücherregal haben wir schon mal jetzt Wow Das ist ja das entscheidende Bücherregal Ja, das entscheidende mit dem ich jetzt erstmal irgendwas verzaubern werde Und zwar die Diamantspitzhacke Ja, mit Schlafen wir auch nur 8 oder so So, und zwar 6, 9, 8, 11 war da gerade Warum hab ich das nicht genommen? Da ist nochmal 11 Zack, jetzt haben wir hier Haltbarkeit 2 und Effizienz 2 Das ist auch gut Für eine Spitzhacke? Jo Für die Dierhacke Das ist ganz gut Das ist schon übelst gut So Beim Haltbarkeit Ah, wisst ihr was ich vergessen habe? Ich hab komplett vergessen die ganzen Comments vorher nochmal zu lesen Idiot Einer Scheiß Und das ist zwar, weil erst Max nicht da war Und dann war Jan nicht da Und die ganzen Penner haben immer irgendwas zu tun Und haben alle im Leben und sowas Tun so, als würde man das brauchen Nein, Max war nicht da, ich hab gezockt Du hast gezockt, achso So ist das also Das ist schon eine kleine Unterschiede Eine kleine Unterschiede Wo kommen denn hier so Zäune und sowas? Achso, da, okay Und wo kommt Papier und sowas hier rein? Da würde ich hier noch nicht so richtig umsetzen Ja, ne, dreieinhalb, ne zweieinhalb sind das Ja, aber wo kommt denn jetzt Papier rein? Und wo kommt Zucker rein und so ein Scheiß? Ich pack das jetzt alles hier rein Oder warte mal, ich hab eine noch bessere Idee Ey, Max, Max Ey, du darfst nicht weglaufen, wenn ich dir da Sachen hinschmeiße Ey, du konntest den Scheiß auch mal selber einrufen Ich weiß aber nicht, wo die Sachen hinkommen Du kennst dich aus Ich pack die auch einfach nur Du bist ja unser Lagerverwaltungstyp Ey, schon wieder Leveler ab Oder war das dein Level? Du! Du, dein Level, Alter Ich glaub das war eher mein Level So, Steak Ja, was macht denn ihr gerade so? Ey, hör auf! Was macht denn ihr gerade eigentlich so? Äh, ich sortier gerade mein Inventar Ach so, wo ist das also? Und wir sollten an dem Turm mal weiter bauen Ja, da bin ich ja... Eigentlich schon bei Hab mir nur gerade mal zwei Steaks gemacht Und was macht Maxi? Also es gab... Keine Ahnung Ich geh... Ich geh jetzt noch bisschen Lehm suchen fürs Dach Ja, okay Hä, wo ist denn das nicht fertig? Von innen ist das noch nicht fertig Von innen macht er da ja noch so ein Gegending dran Ach so, ja, ja, ich versteh schon Äh gut, Dominik, es gab zum Beispiel, ähm, die Idee, wir könnten den Turm als Leuchtturm direkt mitfungieren Das heißt oben einen Glowstone rein, oder wie? Nein, schon so mit Mechanismus, dass sich da drin das so dreht und so Okay, ey, das müsstest du dann aber bauen, da hab ich keine Ahnung von Kann ich machen, ja, kann ich... Ja, kannst du... Ja, ja, doch, doch, ja, gut, okay, dann mach du das Also ich versuch's, sag das mal so Schon einen groben Plan, wie es gehen könnte Ja, und wir sollten mal gucken, ob wir so Nether-mäßig Jo, das auch auf jeden Fall, aber da müssen wir auf jeden Fall auch zu dritt rein Nicht, wenn Maxi grad ganz woanders ist Und natürlich, äh, vielleicht auch noch so ein Zumindest, dass wir erstmal so alle Sachen hochwertig verzaubert haben und so Ist zwar kein Muss, aber wär schon nicht schlecht, denk ich mal Ich würd mir dann mal jetzt einen Bogen bauen und den mal verzaubern, ne? Jo, oh, bei Bögen wär's mega geil, wenn wir diese Verzauberung kriegen, dass man an unendlich Pfeile kommt Also, dass man nur einen Pfeil im Inventar haben muss und dann, äh, verschießt ja keine weiteren Das wär ganz cool Ja, ich versuch mal mein Bestes Oh, ähm, ja Das ist ein bisschen doof Was denn? Hier unser Eingang in die, in die Mine, der ist jetzt so ein bisschen so, dass das dann, äh, hier hochsteht Ist jetzt nicht schlimm, aber naja Den Berg reißen wir doch jetzt eh noch weg, dachte ich Jo, weiß ich nicht, können wir machen, was machen wir denn dann hin? Ich weiß nicht, ihr habt jetzt noch mal den Berg wegzureißen Joa Hm Hast du nie meint Soll ich elf nehmen, oder? Ja, nimm einfach das Höchste, ist ja ganz egal, Level kriegen wir ja genug Obwohl, die da nehm ich glaube ich wieder weg, das sieht besser aus, wenn das da auf den Ecken nicht so ist Juss Also, ich hatte noch nichts über neun Okay Geht das denn über, äh, überhaupt bis über Was geht überhaupt immer? Juhu Was geht überhaupt immer, Max, was geht überhaupt immer, sag's mir, sag's mir dann, oh, warum sagst du's denn nicht? Ähm, über Level 9 meinte ich grad Ja, elf geht Mach's doch mal auf, während du aufnimmst, oder während ich aufnehme und du mitzockst Du, Sack Also, ich mach dann gleich den Bogenschützen im Endeffekt, ne? Ja, und ich, äh, mach was anderes Alter, wie machen wir das jetzt mit dem scheiß Turm, ich bin da mega unzufrieden mit Warum sind da oben so assi Fenster drin? Warum bist du damit so unzufrieden? Ja, weiß ich nicht, äh, können wir nicht irgendwie die Etage ein bisschen tiefer machen, oder so? Welche, die Mittler sind? Ja, wenn man da reinkommt, sieht das so leer aus, irgendwie, als, als hätte man da gar keine Etage Ich finde, das muss zumindest so sein, dass wenn man gerade ausguckt, dass man die, die Decke sieht Sonst sieht das echt komisch aus Warte mal, ich komm mal gerade Weißt du, wenn du einfach so durch die Tür reingehst, blick geradeaus, dann siehst du halt die Decke noch nicht Die müsste einen Block tiefer, dann wird's reichen Ja, dann sechste Block tiefer, aber es geht ja gerade darum, dass man hier so ein, so ein bisschen höhere Bücherwand hat Das fand ich ja zum Beispiel gut, aber Ja gut, dann, äh, machen wir eure Bücherwände Wenn du ein tiefer machen willst, ist mir egal Ach, mir eigentlich auch völlig egal Ich brauch auf jeden Fall was zu tun Ich hol mal grad zwei Steine und mach's Inventar leer und all so'n Scheiß Zwei Steine? Jo, zwei ganze Steine Und ich hol auch grad zwei Holz, für etwas, was mir gerade aufgefallen ist, was schon lange hätte geschehen sollen Als der Ring niemals geschmiedet werden sollte Was meinst du, den Eingang von der Höhle oder was? Nein, aber sowas, äh, ganz anderes Steine wollte ich, Steine, 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 Steine Ja, das kann ich nicht so gut erklären Haben wir keine Cobblestones mehr? Nein, das... Ihr erkennt euch auch an gar nichts mehr, oder? Nein, ich vergesse nach jeder Aufnahme alles Und zwar müssen die da weg und da müssen so normale Hölzer drunter Das hätte schon lange geschehen sollen Zack und zack, hier Du wirst keinen Unterschied feststellen, wenn du grad nicht aufgepasst hast Oh, jetzt wird schon wieder dunkel Auf jeden Fall brauche ich dann Steine Und für Steine kann ich hier den Mineneingang ja ein bisschen schöner machen Ey, 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 ich hab noch einen Flosserstein Ey, 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 krass Ja, ne? Ne, jetzt brauche ich hier ja nur Treppen ab, das ist ja mega assi Mach das da mal anders, Max Das ist doof so Du verlangst jetzt aber nicht im Ernst von mir, dass ich die ganze Treppe abbreche Ja, das ist jetzt so ein bisschen doof halt, ne? Das müsstest du jetzt nämlich eigentlich tun Ja, dass man da so blöd diesen Mineneingang hat, dass man da nichts anderes hinmachen kann Und dafür müsste einfach das... Ja, aber da hast du doch trotzdem den Mineneingang, du Junge, Alter Ja, machst du zu? Du Junge, Alter Das komplette Ding, oder was? Und wie willst du da runterkommen? Ja, machst du ne neue! Ja, machst du ne neue, oder was? Ey, da kann man so ein kleines Häuschen hinstellen, das kann man machen Richtig, und dann gerade nach unten Straight runter, so Das ist aber mega kacke, wenn, äh, wie willst du da hoch und runter kommen? Treppe? Also nicht gerade runter Ja, machst du halt so ein 3x3 gerade runter Hä, wie 3x3 gerade runter Treppe? 3x3 gerade runter und dann ne Wendeltreppe da rein? Achso, du willst also so einfach eine Wendeltreppe bauen Ja, hab ich doch gesagt Ja, aber das ist nicht gerade runter, gerade runter heißt, du hast ein Loch, das straight runter geht Nein, das macht aber kein normaler Spieler in Minecraft, weil man wieder hoch muss Ja Äh, Leitern? Ja, aber Leitern sind mega langsam Und dann ist es mega doof aussehend, so 3x3 geht übrigens schlecht, weil das Ding hier 2x2 ist Ja, dann hast du halt mehr Ja, äh Es ist ja, es ging ja nur ums Prinzip Es gab übrigens auch noch die Möglichkeit Hat jemand die Idee, dass wir ein Fischerhäuschen an unseren Flüss, Flüss setzen An den Flüss? Le Flüss Le Flüss, äh, ein Fischerhäuschen Okay Also einfach so ne kleine Bude, wo nix drin ist, oder wie? Ja, ähm Oder eine Truhe mit ner Angelstrinde, oder so Das ist jetzt unser Fischerhäuschen Halten Haus aufs Stelzen Und ähm Dann so, dass wir da innen drin ein Loch oder so im Boden haben, dass wir da fischen können Auch wenn es regnet oder so, weiß ich nicht Also so hab ich das verstanden Okay, also ich hab sowas noch nie gemacht, weiß nicht wie es geht Aber wenn man das so ohne weiteres bauen kann, klar Können wir machen Ja, Improvisation, ne? So, und dann, wenn wir die Treppe hier weiterlaufen lassen wollen, geht die im Grunde so Oder wollen wir jetzt wirklich da so ne Wendeltreppe hinzimmern? Äh, wo? Ja, wo auch immer du die hinhaben willst Wir haben jetzt hier halt schon unser Loch Da könnte man halt auch so mit Schienen und so runter, ne? Ja, gut, äh Ich find das halt jetzt nicht so geil, das Loch Aber es ist mir egal, man kann da jetzt auch Ich hatte halt gedacht, wir brauchen eh relativ viel Cobblestone Auch weil wir im Moment eh Cobblestone-Not haben Da können wir jetzt auch ein cooles, kleines Häuschen, so ein Minenhäuschen, sag ich mal Dann lass uns doch, warte mal Wir haben doch hier Strip-Mining jetzt nur in eine Richtung oder sowas gemacht, ne? Ja Dann können wir doch eigentlich, ich sag mal ein bisschen woanders Uns einfach so ein Ding machen, wo wir halt gerade runter Oder halt mit so einer Wendeltreppe oder sowas Und da machen wir dann einfach in die gegenüberliegende Richtung Dass sich das nachher nicht kreuzt oder so Meinetwegen kann sich auch kreuzen, ist ja auch ganz egal Ja, das kann sich auch kreuzen, ist ja auch egal Viel haben wir da eh noch nicht gemacht Und, ähm, ich hol mal gerade die Pilze da raus Was ich halt noch, so die Idee, wenn wir 2x2 die Treppen darunter machen Kann man halt auf den einen Treppen runter gehen und auf den anderen könnte man Schienen legen Äh, ja, könnte man tun Ja 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 Gut, haben wir das auch geklärt Ja, so Ja, können wir auch machen, also Zu, fertig So, zu und vergessen Genau So, das da jetzt setze ich mal gerade durch Erde Ja, ne, können wir aber so machen, also Bau mal einfach wie du meinst Es ist mir nämlich eigentlich völlig egal, ehrlich gesagt Von daher, lass einfach mal deiner Kreativität freien Lauf Gute Nacht So, da Das Ding baue ich auf jeden Fall aus Holz, das weiß ich schon Was Ding denn? Dieses Hütchen Das Fischerhütchen oder die Hütte da jetzt für die Mine? Beides, würde ich aus Holz bauen, aber die Fischerhütte wollte ich jetzt noch gar nicht bauen Ja, ist okay Zu weit war ich jetzt noch gar nicht Ich fülle immer noch so ein bisschen Erde auf So, ja da habe ich nämlich noch auch einiges, weil Maximilien letztes Mal ungefähr 15 Stacks oder so dahin geworfen hat Hm, ja Hm, ja Äh, was ist jetzt eigentlich hier mit dem Neta-Portal? Mit dem Neta-Portal? Okay Crazy shit Hol dir von Dominik die Spitzhacke und hol den Obsidian Nein, du kriegst von mir keine Spitzhacke Ich bin kein, kein Werkzeughändler, Alter Gib mir die Spitzhacke ALTER, ALTER Ich schmeiß die ins Wasser, ey Voll die krasse Drohung Was passiert mit der Spitzhacke, die ins Wasser fällt? Wie viele Fische fatschen das? Ich find's toll So Na Ähm, was wird das hier? Der Schacht Ach, du machst jetzt einen neuen direkt daneben, oder was? Ja, wo der ist, ist ja egal Ich hab mir gedacht, so nicht direkt Also ich dachte mir, so an der Seite von Insel ist besser, weil dann können wir hier vielleicht noch irgendwas hinbauen Ja Ja, meinetwegen Ja, wenn du da was dagegen habt, dann Ne, äh, willst du den nicht nur vielleicht noch weiter hier so? Willst du den nicht vielleicht sogar hier hin machen so? Ja, kann ich auch machen So, ganz auf die Ecke so, hier so, wär jetzt so meine Idee Also so, hier so und dann so und dann so und dann so Ne, hier ganz auf der Ecke auch nicht, ne, schon mindestens einen Abstand Ja, ja, das schon, aber ich meine, ja gut, wir können natürlich die Insel jederzeit ein bisschen größer und kleiner machen, das ist eh nicht das Problem Aber ich find, die sieht schon gar nicht so schlecht aus, die nimmt schon langsam vorn an Ja, einfach mal zustimmen Ja, also findest du nicht, oder was? Doch, doch Doch, doch, also Halt die Fresse, ey Ah, meine Fresse, na gut